Guten Morgen, mein Name ist Jérôme Luling. In meiner kleinen Sendung Lützebäuer-Lehre sprechen wir heute über die Bibel, und zwar über die Bibel auf Lützebäuer. Gucken wir mal ein bisschen mal an. Du fandest auf Lützebäuer-Wikipedia einen ganz interessanten Artikel über die Bibel. Boah, den lesen wir noch nicht ganz. Mein 8 Bibel auf Lützebäuer am Obdrag von der katholischen Kirche, einer Aussatz. Und das mal für in allem dann. Dieser Punkt abgefallen. Bibel für Lützebäuer-SBL hat am November 2014 das Evangelium von Johannes in dem Titel De Jean auf Lützebäuer veröffentlicht. Totes Rechte von dieser Übersetzung leuhe bei Bibles International USA. Diesen Übersetzergruppe wird als Ziel, all 66 Bücher aus dem protestantischen Kanon von der Bibel auf Lützebäuer zu veröffentlichen. Jetzt sind wir dann hier die Internetseite umgucken gegangen. BFL.lu Bibel für Lützebäuer-SBL und du fandest das Neue Testament, ob Lützebäuer ist noch available. Ein extra oder ihr könntet auch kaufen. Und hier ist mir von allem das Seite abgefallte Jean. Voilà. Und auch hier könnt ihr erst dann den PDF ausgucken. Und das machen wir hier. Ein erstes PDF. Und da wollte ich erst hier aus den Seiten 11 bis 15, das erste Kapitel dafür lesen. De Jean. Am Anfang. Um Anfang, was wird vor. Das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Das Wort war um Anfang bei Gott. Alles, was durch das Wort entstehen und das Götnäischt, wird nicht durch das Wort entstehen. Am Wort wird leben und das Leben war der Menschen hier das Licht. Das Licht schenkt auch an der Däustadt und Däustadt kann das Licht nicht überwannen. Gott hat einen Mann geschickt, der Jean gehecht wird. Hier kommen als Zeilen, für ihr was das Licht auszusuchen, für das jeder rein durch ihr gelebe geif. Hier selber war nicht das Licht, wie hier noch es kommen, für ihr was das Licht auszusuchen. Das war das richtige Licht, das an die Welt kam, um für alle Menschen Licht zu bringen. Es war an der Welt, an die Welt, als durch es entstehen. Aber die Welt wurde es nicht erkannt. Die Licht, als bei seinem Eigentum kommt, aber das wird es nicht erkannt. Mit all denen, die das Erkannt und sein Leben gelebt haben, wird es recht gehen, keiner von Gott zu gehen. Sie sind weder durch menschliche Aufstärkung, nach durch natürliche Geburt, nach durch den Mann, sein Willen, mehr aus Gott geboren. Ich wurde als Menschkind an heute in das Eis gewohnt. Wir haben die Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit vom Papst in dem einzige Jung voller Gnot erwohnt. Die Jean hat über die Tieren ausgesucht und hat gerufen. Den heiten aus den, von dem ich gesucht tun. Den, den nur mir könnt, war für um mir, weil hierin wird für um mir existieren. Schöderich kriegt ein Gnot nur der andere aus seinem vollkommenen Wesen. Gesetz kommt nämlich durch der Moses. Mit Gnot antwohrescht kommen durch der Messias, der Jesus. Er wird nach nie ihr Gott gesehen, mehr den einzige Jung, den dem Papst ganz nah ist, wird erklärt, wie ein Hirn ist. Die Jean wird die Aussage gemacht, wie die Juden von Jerusalem, Priester und Leviter, bei ihr geschickt haben, für Hirn zu freuen, wie ein Hirn wird. Hier wird klar gestaltet, dass hier nicht der Messias ist. Hier wird die Chlorgestalt an und nicht aufgestritten. Sie haben hier gefragt, wie warst du dann? Warst du denn Elia? Nein. Die sind nicht nicht, so hat er. Warst du der Prophet? Nein, hat er geantwortet. Sie haben hier nächstes gefragt, wie warst du dann? Wir müssen den Leuten, die ein Hirn geschickt haben, in die Antwort gehen. Was siehst du da selber über das? Es sind Stämpf und Engel, die an der Wüste trifft, machte weh frei für den Herr, so wie der Prophet Jesaja hat gesagt hat, wird hier geantwortet. Die, die die hier hingeschickt gewahren, waren Pharisäer. Für was darfst du dann, wenn du weder den Messias, noch den Elia, noch den Propheten bist, wie sie hier gefragt? Der Jean wird ihnen geantwortet. Ich stehe für mit Wasser. Mir erinnert ihr euch als ein, den dir nicht kennt. Jens als den, den nur mehr könnt, obwohl hier viel um mir existiert wird. Ich seh nicht nicht wert, sein Sandalen los zu bannen. Da hat es zu Bethanien geschickt, ob der andere Seite vom Jordan, du, wo du Jean gedieft wird. Dann dachte Rob, wo er hier hinter Jesus, ob sie durchkommen gesehen, er soht. Guckt, die Lamm von Gott, der den Sinn von der Welt erwäschelt. Hierna ist den, von dem ich soht, nur mehr könnte man, der viel um mir war, weil hier viel um mir existiert wird. Ich wusste nicht, wen hier war. Mir ist schon mit Wasser gedieft, für das Israel hier sollt auch kennen. De Jean wird du bezeugt, ich und der Geist, wie ein Dauf vom Himmel raufkommen gesehen, an hiern, als ob ihm bliehen. Ich und hier nicht könnt, mit dem, der mich geschickt wird, für mit Wasser zu dürfen, wird zu mir gesagt, du wärts gesehen, den, ob den der Geist raufkönnt, und ob dem er bleibt, als den, dem am helligen Geist, darf. Ich und der Geist gesehen, an über Zeit, der hiern, der Jung von Gott ist. Den Dachdrop, stöhnen die Jean, und rümmen, mit zwei für seine Jünger, auf derselbe Stabplatz. Wie hiern, der Jesus, langscht, gar gesehen, wird so stehen, guckt, glammt von Gott. Sein zwei Jünger, haben hiern, der höhere Sohn, als in dem Jesus noch gegangen. Der Jesus hört sich umgedreht, an gesehen, dass sie ihm nur gingen, und hört sie gefroht, werht sich dir? Rabbi, werht so viel, wie Leermäster ist, wo wohnst du, wie sie gefroht? Kommt gucken, soht der Jesus, sie sind ihm gingen, an gesehen, wo ihr gewohnt habt. Etwa zehn Auer Mäues, aber sie sind der Rest vom Dach bei ihm geblieben. Den Änder, dem Simon Petrus, sein Bruder, war ein von denen zwei, die dem Jean nur geläustet hatten, an die dem Jesus nur gegangen waren. In das Verteicht, nur seinem Bruder, dem Simon, sicher gingen, also zu ihm. Wir haben den Messias, was so viel, wie Christus heisst, gefunden. den Änder hat der Simon bei der Jesus bräuchte. Der Jesus hat ihn angeguckt und gesagt, du bist der Simon, dem Jean sei jung. Von Loh, wo gehst du, Kepas, was so viel, wie ich stehen heisst, genannt. Den Dachdrop wollte Jesus sich auf die Weh für ein Galiläer machen. Jena ist nun Philipp sicher gegangen, also zu ihm. Komm mir noch. Der Philipp kommt für Bethsaida, derselbe Stadt, wie den Änder an der Petrus. Der Philipp ist nun Nathanael sicher gingen, also zu ihm. Wir haben den Fond, über den der Moses am Gesetz an der Propheten geschrieben, der Jesus von Nazareth, dem Josef, sein Junge. Nazareth, kann irgendetwas Gutes von dir kommen? Wurde der Nathanael geantwortet. Da komm gucken, so de Philipp. De Jesus hörte der Nathanael, ob sich durchkommen gingen, er soht, guckt. Hier ist nun wirklich ein Israelit, an dem es kein Niederträchtigkeit geht. Woher kennst du mich? Wurde der Nathanael hier gefroht. Eher de Philipp dich gerufen hat, hat dich dich inna dem Fiegebaum sitzen gesinn, hohe de Jesus geantwortet. Ravi, du warst der Jungfer Gott, du warst die König von Israel, soht der Nathanael. Du glebst, weil ich dir soht, dass ich dich inna dem Fiegebaum gesinn hohen. Du werdst nach viel mehr großsachen wie dat gesinn, hohe de Jesus ihm geantwortet. Ist so nicht wahrericht. Dir werd den Himmel absteu gesinn an dengele von Gott um Jung von Mensch erop an Rauf klammen gesinn. Voilà. Ich sage nicht vielmals merci für die Aufmerksamkeit. Und wenn du mehr Informationen siehst, sind schon ein paar interessante Internetseiten auch gehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Ofen oder schönen Dach. Bis hoffentlich geschwönen, Kaya. Vielmals merci. Au revoir. Dach 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 Vielen Dank.